Die Lärmung Ich komm aus Nieder-Ul-Ul-Lum. Nieder-Ul-Ul-Ul-Lum. Moment, wie heißt das? Niederholz, ich komm aus Bayern. Das klingt nicht, das klingt nicht. Ich bin hier, ich verdreht da die Ressi. Die Ressi, die ist heute da, die ist mit dem Huber-Kroxeln. Ähm, Eiskroxel. Wie heißt das? Gletscher, Gletscher. Gletscher, Gletscher. Äh, das sind nicht die Spalten. Spalten, Gletscherspalten. Nicht Spalten, äh so. Gletscherspalten. Ja, Gletscherspalten. Ja, mei. So, wo haben wir's? Äh, ich wollte heute reisen über die Eier. Die Eier. Ja, die Eier. Die Eier. Ja. Wir sind heute zusammen, um die Heilige Eier mit der Bräut zu zahlen. Ja, das ist falsch. Äh, wir sind heute zusammen, um die Eier mit der Eier zu ähren. Ne, das ist falsch. Äh, ich wollte. Äh, wir sind zusammen, um den heiligen Stamm vom Bräutigang in die Frau der... Ne, auch nicht, ne. Wir sind heute zusammen, um den Brat und den Bräutigang in die Eier zu begleiten. Ja, ja, jubeli. Ja, ja, jubeli. Im L Ja, ne, ist das wahr der Oste granule. Ja, vielleicht hat's nicht Lynn nicht die Stadtanlage ankommen. Ja, ma ist die Geschäft. Ja, ma ist dieser Geschäft. Und der Bräutigam. Ja, ist das ein Fischer? Ja, ist das ein Fischer? Ja, ist das ein Fischer? Ja, hat sie alle. Und die Dallardine hat sie keinen. Sie hat sie keinen. Ist das die Emily? Ja, ist sie elf Jahre? Ja, ist das süß? Ja, ist das süß? Ja, ist das süß? Ja, ist das süß? Ja, da spuckt sie mich. Ja, da haben wir den Nadillen, die ist fisch. Und der Bäume ist fisch. Aber da war das Fischli. Ja, ist das Fischli süß? Ja, ja. Ich wollt euch erzählen von meiner Ehe. Ich bin mit meinen alten schon viel über 20 Jahre bekannt. Ich hab's kennengelernt in Niederuul in Bayern, in meinem Dorf. In meinem Dorf, da haben sie eine Fleischerei. Ich hab's gearbeitet bei Fleischerei. Ich hab eine Bäckerei, eine Metzgerei und eine Schweinerei. Das war der Huber. ja, der Pinkli, mit der Ecke. Ja, 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 ja! Da siehst du... Wo bin ich? Was ist das? Ah, ich hab ein Olle. Gott aus Olleburg. Ja klar. Olle, Olleburg. Olle, ja, ja, ok. Ich hab's nicht. Ich glaub's nicht. Ok. Ja. Wisst ihr, wie's heißen hätte? Olle, Nicole... Nicole ist gut. Nicolle ist gut. Wo ist sie, Nicole? Das geht nicht. Nicht Traumzucker! Nicht Traumzucker! Das geht nicht. Heute heißt's wie ich! Heute heißt's ... Fuchscheisse. Das ist meine Name. Fuchscheisse? Nix! Nix! Moment! Nix! Nix! Fuchs-Scheiße. Der stinkt, der ist nicht gut. Fuchs-Scheiße. Das ist der Stadt. Moment mal. Fuchs-Scheiße. Ja, was sag ich tatsächlich? Mein alter, ich hab noch mal geil, ich kenn dich nicht. Heute arbeitet es bei Amazon. 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 Geht ihr das? Die Waldfuld, die krauchen richtig. Oh mein Gott. Mein Wald ist auch ein Kracher. Die ist ein wisserlich Schnee. Mein kleiner Amazoni. Mein kleiner Amazoni. Ich arbeite bei Amazon. Das passt, das passt. No, no, das passt. Mach ich noch mal. Wie ist es denn, warum? Das passt mit der Amazoni. Wir haben zu Hause. Zu Hause. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Waren wir im Zimmer. Ich hab ein Engelzimmer. Und meine alte, halt ein Nehstub. Die hat einen Nehstub. Da machen sie nicht mehr. Dann will man die schon unterwachsen. Die nennt passier. Wie ist das? Das ist ein Nehstub. Wirst du was? Wirst du was? Wirst du was? Wirst du was? Wirst du das Zimmer noch nicht? Na, wie heißt das Zimmer? Das ist mein Amazone, mein Amazone arbeitet in der Mama-Zone. Wisst ihr, wie ihr Chef heißt? Ihr Chef heißt Karl. Karl, das ist ein Deutsch-Italiener. Ein Deutsch-Italiener heißt Karl. Ich kann ihn mehr. Und wisst ihr, wie ich ihn nennen? Karl Zones. Ich seh da hier noch. Wisst ihr, wie seine Frau heißt? Ich weiß nicht. Aber seine Frau, seine Frau von Kalzone, die hat ein Brocken. Oh mein Gott. Immer wenn ich drauf gucke, dann ist auch... Wisst ihr, wie ich nennen? Die Ozone. Das ist die Ozone. Die Ozone, die Kalzone. Aber nicht von Ozeane. Das ist nicht gut. Ozeane, das ist zu groß. Das ist nur Ozeane. So, was wollt ich sagen? Ja, ich hab ein Lied mitgebracht. Ein Lied, ein Lied, weißt du? Was meinst du? Ein Lied für das Brautbach. Wo ist's? Da ist es ja. Da ist er, ja. Kennst du das Lied? Riesi, ich hole ihn mit, mein Traktor. Kennst du das Lied? Ah, ja. Das hört jeder an der Bayer. Ich hab's gut gedeckt. Strophe eins. Der Bayer holt genau die Milch im Auto. Ach, ich hab's gut gedeckt. Der Bayer holt hier. Ok, ich fange noch mal an. Der Bayer holt die Milch im Auto. Hau, die gesagt hat er immer noch. Der Übste. Ich fange noch mal an. Der Bayer holt die Milch im Auto. Die Beine und sein Auto machen niemals schlapp. Die Beine gehen den Nadeln durch den Feuchtes. Den Romantisch isen ja auch. Stoffe Zwei. Nach fünf Jahren ist die Kräfte vorbei. Nach fünf harten Jahren ist sie nicht mehr frei. Ist nicht. Da nimmt die Erholung ein Glas Alkohol. Und da sind sie in den ersten Foden. Jetzt können Sie von allen nur vorruhen. Applaus, Applaus, Applaus. Du hast ja... Ich kann nicht mehr sagen. Ist es. Nach fünf Jahren sieht echt gut aus. Nach fünf Jahren geht zu nerven. Ich habe praktisch gesprochen, das geht auch nicht mehr. Okay. Nach fünf Jahren geht. ein Läckchen mit dem Arschlischmus geschnitten werden. Schufe drei. Nach zehn Jahren sieht es echt aus. Ein Läckchen mit dem Arschlischmus geschnitten werden. Ein Läckchen mit dem Arschlischmus geschnitten werden. Jetzt muss ich singen, jetzt muss ich singen. Ja. Sieht ihn wohl. Sieht ihn wohl. Großer Fisch. Geht. Sing. Sing a little. Der grüßte Zunahme. Sieht's Portugal? Portugal? Nicht Portugal. Ein Wart, ein Wart. Ein Schnuchtschießer. Noch 10 Jahre oder eher sieht es echt gut bei uns aus. Nach 10 Jahren, eher sieht er zusammen aus. Da geht er zusammen raus. Da geht er Hand in Hand an den Baggersee. Da geht er Hand in Hand an den Baggersee. Und da trinkt er ganz gelassen. Das war's. So viel Sieht mit dem Baggersee. Strophe 4 Nach 25 Jahren oder säg ich dir. Nach 25 Jahren. Ja, das säg ich dir. Neckst mir und recht. Nach 25 Jahren. Da säg ich dir. Nach 25 Jahren. Dann geht's die Gnase wie mir. Hoffentlich nicht. Da hast du ein alter Schraub, die nette Unterbuchs und verschmelzt, wie das Dichterweil jucht. Applaus, Applaus. Stoffe 5 Nach 40 Jahren, ihr seid alt und grau. Und ihr seid immer noch blau. Durch all die Jahre habt ihr zusammengefahr gebracht. Die Order zeigt sich, was Liebe so macht. Ich hab ja noch Stoffe, das geht nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Warte mal. Stoffe 9,62. Yeah. Wer? Wer? Die End of the Life. Wichtig. Am Ende eures Lebes schwägt zusammen im Glück. Am Ende eures Leben bringt auch voll zurück. Da fällt euch dann ein ganz besonderer Mensch noch ein. Das ist der Fugschweiß, der blöde Schwang. Okay. Merci. Und das ist der Fugschweiß. Dann ist der Fugschweiß. Dann ist der Fugschweiß. Dann ist der Fugschweiß. Dann ist der Fugschweiß. Aber ihr holt es schnell. Gute Nacht. Wir haben noch ein bisschen Spaß.